Ja, wenig sagen, aber jetzt gerade hast du ein ziemlich schlechtes Timing, was High-Fives angeht, weil jetzt gerade echt kein gutes Timing dafür. Jetzt gerade werden wir angegriffen. Ach Gott, Junge, ja, erzählst mir doch, Junge. Okay, wo ist er hingegangen? Auf dir, okay, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich hole deine Rebo-Card, ich hole deine Rebo-Card. Meine Piste. Okay, buddy, okay. Wie los er, wie los er, wie los er. Wie los er. Der muss super los sein. Der, der heil gerade, der heil gerade. Danke, yes, nice. Wie gesagt, da kann ich viel, okay. Heil kurz, nimm kurz ein paar Sachen mit und dann, äh, such mich zu resen. Ah, ich höre sie. Ja, ja, ich weiß. Hä? Ach, lol, das ist ein geheimer Gang. Lul. Wo muss ich jetzt gar nichts? Okay, meine, doch mal, ja, was noch. Okay, ich komme jetzt zurück. Ich glaube, das war gerade einfach nur ein nicht registrierte Schuss an der Stelle. Hier, ich tue es mal, ihn nicht hier zu kriegen, ne? Ja, er hat mich auf jeden Fall gesehen. 30er, oh, er ist, er ist, er ist white, glaube ich. Er ist, er ist white. Er ist white. Er ist low, er ist low. Er ist low. Nein, warum? Ach, Mann. Ja, er war low. Okay. Es gibt einen Reboot-Van in Caddy. Oh, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ja, ja, ich sehe ihn, war einmal ganz kurz. Das bin ich, das bin ich. 33, 33. Ja, 33, äh, ist nicht, nicht mehr viel AP. Boom. All right, ab. Ab die Dase. Ich gebe dir kurz den Flopper, dann müssen wir hier raus. All right.